Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, mit der war ich wieder trainiert. Wir werden heute das spanische Klassiko machen, wie ihr da schon seht. Ja, und heute, ja, ich werde natürlich wieder die 10 zusammenschneiden, wie immer. Das wird nur 5 Minuten mindestens in das Video gehen, weil ich nicht so lange, weil ich keinen Bock darauf habe, dass der so lange hochlädt. Ja, und dann sage ich, geht's los. Aber die 10 müssen wir mal aufnehmen. Das musst du sein, das musst du, drückst du? Hab ich. Und los geht's? Aber nicht alle 10, weil das soll nicht zu lange gehen. Die erste 10 jetzt zum Beispiel ist okay. So 5, 6 10 pro Halbzeit, wollte ich ja sagen. Hm. Das war jetzt 0. Scheiße, das ist Leo. Nein. Ja, jetzt weiß ich, jetzt habe ich eine Idee mit der Kamera für morgen, wenn ich morgen PS4 Video drehe. Ja, du musst leise sein. Hast du weiter? Hab ich gerade. Das war kein Foul gerade? Ja, hätte er. Sagen sie alle. Sagen sie alle, wenn der Tag lang ist. Warte. Was war es denn? Nee. Suarez am Ball. Suarez. Oh. Su. Suarez. Yolfeo und Navas. Na, die Ecke lasse ich noch laufen und dann mache ich mal ganz kurz einen Cut. Und das ist um Titi. Facki dich. Mein Gott. So Cristiano Ronaldo. Du. Soll ich dir das Video schicken, damit du das hochladest? So. Hast du gerade laufen? Ja. Wichtig. Ah, Kasimiro. Busch jetzt. So, jetzt Lionel Messi auf Sergio Busch jetzt. Jetzt, äh, Delofeo. 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 Fuh. Äh, Delofeo. Jetzt wieder. Der kommt zurück. Mit dem Trick. Navas. Bade. Und Bale. Nein, Bale. Mein Gott. Spielstand steht 1-0 für den Nils. Ja, also, ja. Jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit. Tor! Hast du's? Keine Ahnung, ob der's noch mit drauf hat. Hast du's? Tor, Messi 2-0. 2-0 Lee und der Messi. Der kleine Messi macht den Topfer-Tor. Nein, ich warte noch Wiederholung, weil ich weiß nicht, ob es noch drauf ist. Da ist das wunderschön. Als ob! Warte? Ja. Junge! Mach's an, mach an. Ja, Luis Suarez. Ach, geht's jetzt. Na was? Komm, die Ecke musst du machen. Na gleich, sind schon 5 Minuten. So, ja, mach die Ecke. Manche machen 11 Minuten bei FIFA. Hast du? Ja, toll, dann dauert das aber mindestens länger als 3 Stunden. So, mit der Ecke. Dann dauert das immer, bis der es hochgeht. Hör mal auf, das nur mal im Video zu sagen, Mann. Sorry. Das ist scheiße. Jester? So, klopp, klopp. Hab ich. Jester? Jester? Hätte, hätte ich aber mit drauf gehabt. Hast du noch? Hab ich. Könnt ihr euch schicken, dir so ein Nulitz ist hoch, oder wie? Ich würde aber auf das Video zu sagen. Absatz. Suarez, auf, Lionel, Messi! Marcelo mit der Kretel wird grad Pepe sagen. Messi, Tor, 3-0-Head-Reich, Messi. Wird grad Pepe sagen. Und da schmeißt Robi in den Controller hin. So, Leute, Video ist verendet. Ich muss mir einen neuen Controller kaufen. Wieder Leo Messi. Messi, 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 Messi Das war unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Ich sehe gerade mal, ich habe null Schüsse, dafür war beide Besitz auf Sieglichen. Die lasst eine Bewertung, lasst ein Abo da und das war's. Von dem Video, warte, da seht ihr mal die Schüsse. Und jetzt, wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal.